Seit rund 40 Jahren ist die Schröder & Schröder OHG der kompetente und starke Partner für betriebliche und private Versicherungslösungen. Die Philosophie des Versicherungsfachbüros? Komplexe Dinge einfach erklären und nach der individuell besten Lösung suchen. Ob Vorsorge oder jegliche Art von Versicherung, die Angebote sind perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Ein wichtiger Punkt, die betriebliche Altersvorsorge. Schröder & Schröder entwickelt und realisiert individuelle Versorgungsmodelle, damit im Alter keiner auf seinen Standard verzichten muss. Das umfassende Angebot deckt viele Sicherheitsbedürfnisse ab bei optimaler Risikoklärung. Das Spektrum erstreckt sich vom Gewerbebetrieb bis zur ganzen Familie, von der persönlichen Beratung bis hin zur Schadensregulierung. Unbürokratische, schnelle Hilfe ist im Schadensfall das Ziel. Vertrauen in Service und Kompetenz. Schröder & Schröder OHG Versicherungsfachbüro